Hallo und hier sind wir wieder bei einer neuen Folge. Wir sind gerade von der Polizei abgehauen und haben uns gerettet. Es ist Freude, hier Jolly 50. Verdächtige wollen die Straßensperre umgehen. Wir verfolgen ihn, Code 3. Wir müssen Verdächtigen gehen lassen, er ist sauber. Die Händersleitung fordert alle Einheiten auf, zum allgemeinen Einsatz zurückzukehren. So. Diese Parkgarage muss ich nur merken. Die ist geil. Ich muss mal diese Gegend merken. Wo ist denn das? Ach, das ist noch nicht unser Territorium? Dann machen wir das doch mal zu unserem Territorium. Mit dem Sprint, oder? Ja, komm, jetzt Sprint. So, wir werden springen. So. Die Gegend muss ich mir merken. Die ist echt geil. Weil der Polizist, der hatte uns gesehen, ist aber nicht reingekommen und das fand ich sehr gut. Muss ich mir merken. Vielleicht hätte ich meinen Crewmitglied ändern sollen. Egal. Ist die fertig. Aha. Oh. 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 Links oder rechts? Auf der rechten Seite war's. Hallo? Alter! Alter, wir haben uns da... Alter, der hat uns da voll gequasht. Alter. So. Dann... So, da... So, der... der stoppt die immer. Achso, der ist immer aktiv. Und links. Und links. Hier. Hier. Und die Cops sind mal wieder bei uns in der Nähe. Nicht doch mal die Cops jetzt. Ich bin eben gerade erst für den Cops abgehauen. Ach, der hat uns überholt, der Arsch. Was hat der denn da für ein Auto? Ja, und? Er ist halt hinter mir. Vorne rechts. Also das mit den Abkürzungen, finde ich gut, dass der das sagt. Na, du packst es. Neu freigeschaltet Karosserie. Ja! Karosserie-Kids mag ich. So. Weiter. Das gehört uns. Bands. Okay. Okay. Jetzt wählst du wieder. Ach, man. Unser Territorium wird angegriffen von Scorpius. Ich versuche es abzuwerden. Ich wollte zum Unterstumpf und dann mal wieder ein bisschen aufmotzen. Aber wenn es unbedingt sein muss. Okay, die sind nicht so schnell. Glaube ich. Äh. Okay. Auf der rechten Seite. Hier ist eine Kurve auf der rechten Seite. Oder was? Ach, nie hier. Ich hoffe schon. In der Sekunde. Ich hoffe schon. In der Sekunde. Ich hoffe schon. Hinter mir? Achso. Nach rechts. Da. Ach, das ist unser Typchen, der hinter uns ist. Ich dachte eben gerade, das wären Gegner, aber die sind ja weit entfernt von uns. Und ich glaube, dieses Territorium wird uns gehören, oder wird uns, wird uns, äh, weiterhin uns gehören. Mist, ich komme näher. Aber, was ist ein Tunnel? Achso, hier kann man gleich in den, ne? Und so. Ach, der hat wieder wohl eine ganze Energie verschwendet. Action-Creme. Voll aufs Filz. Alter, der ist voll über uns da geflogen. Fuck. Ja, das schaffen wir. Bam. Okay. Weiter. Ich bin immer bereit für ein Rennen, aber nicht jetzt. Bin mal raus. So. Meldkarte. Spreng. Ich komme. Schinne, jetzt mal Sprint. Ja, komm. Zum Hermann springen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin schon wieder so ruhig, weil ich mich konzentriere Also zum Sprechen Also ich muss mich konzentrieren Sonst müssen wir das Rennen nochmal machen Und das wollt ihr alle nicht Glaub ich, oder? Wollt ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare Gibt es hier überhaupt irgendwo Abkürzungen? Weil der sagt gar nichts Irgendwo gibt das nirgendwo Jetzt wird er die ausbremsen, oder was? Nee Achso, eine Gasse Ich dachte, der auf der rechten Seite Achso Fuck Okay, zeig dir, wie's gemacht wird So Die Crewmitglied hat gewonnen Freigeschaltet Bremsen Stufe Eins Profipaket Ja, dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Und da heißt es wieder Tschüssikowski Bis zum nächsten Mal